Ein völlig neues Eintauchen mit Ihrer Klasse in das faszinierende Universum des Weltalls? Nehmen Sie mit den Weltraumklassen des Eurospace Center Kurs auf die Sterne! Beim Astronautentraining müssen Ihre Schüler Mut und Algeninitiative beweisen. Teamgeist und Zusammenhalt stehen auf dem Programm des Workshops Rheinraum. Das Ziel, sich mit den Technologien und dem Zusammenbau eines Satelliten vertraut zu machen. Wissenschaftliche und interaktive Experimente erweitern Ihren Wissenstand über die Lebensbedingungen der Astronauten im Weltall. Dies alles im perfekten Einklang mit der in der Schule gelehrten Materie. Unter der Aufsicht unserer Pädagogen und Ausbilder können Ihre Schüler ihre neu erworbenen Kenntnisse sofort in die Praxis umsetzen. Als Astronauten erleben Sie verwirrende und lehrreiche Momente. Wissenschaftliches Interesse wecken gehört seit mehr als 20 Jahren zu den Leitmotiven des Eurospace Center. Lassen Sie Ihre Schüler einen riesigen Schritt für Ihren Wissenstand machen. Unser Workshop Raketenbau bringt Ihre Schüler in Kontakt mit den Grundkenntnissen des Antriebs. Nach einigen schlüssigen Tests können Sie die Kontrolle über Ihre Mission und die Steuerung der Raumfähre übernehmen. Sie müssen die Anweisungen haargenau befolgen. Das Eurospace Center – Raum zum Lernen Raum zum Lernen